Montag, 22. Juli, vier Tage noch, bis zum Bezirksmusikfest. Christian, du bist Obmann und Generalmanager von der Bundesmusikkapelle Oberndorf in Tirol. Die Generalplanung ist abgeschlossen, bis ins kleinste Detail, aber heute haben wir noch einen großen Programmpunkt. Das ist der große Programmpunkt, das große zählt. Ich hoffe, dass es nur gleich kommt. Die Hauptaufgabe ist, mit einer Menge Personen das zu bewältigen. Und der Rest geht von selber. Wie viele Leute haben Sie bei dir heute angemeldet? Ich rechne mit 30 Leuten. Das ist eine tolle Zahl. Da kann jeder arbeiten auf dem großen Gelände und keiner steigt einen anderen auf die Füße, nicht? Ja, das kommt darauf an. Ja, okay. Der erste kommt schon mit dem Traktor, meine ich, daher. Ja, schau, der fällt schon ein. Das ist ein Gerardienst, die Vögel. Ja, da wird das schon dahin gehen. Mit wie vielen Stunden Aufbau rechnest du? Der Aufbau selber, das große Zelt, darf die Nachtstunden vorbei sein. Der Rest sind Ausfertigungsmaßnahmen. Inneneinrichtung, Küchen und so weiter. Ja, da ist es so, dass wahrscheinlich kurz vor, dass das Zelt aufgeht, vor, dass der Betrieb aufgeht. Noch etwas zu da ist, weil wir irgendwas draußen haben. Ja, nein. Irgendetwas wird es selber gegeben, gell? Ja. Aber morgen, morgen. Ja, morgen, morgen. Ja. Agrardienstefolge. Auf etwas, was ich mich ganz freue und was auch schon im 2009er Jahr der Fall gewesen ist, dass wir diesen Platz da von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil der einfach prädestiniert ist für diese Grösserordnung von Zeltfesten. Das ist zwar ein bisschen eine Arbeit, das wird euer Herz richten, dass er für das brauchbar ist, für das, was wir ihn hernehmen. Aber in einer Woche hab ich das auch geschafft. Bravo, Gratulation. Und das wird schon hinhauen, ja. So wie ich dich kenn, keine Zweifel. So sieh ich das auch. Ich höre nur gleich. Ich hab gesehen, du bist ein bisschen spät dran. Ist gestern ein bisschen später geworden. Später ist es nicht geworden, aber ich brauche die Leute auch noch ein bisschen geholfen. Also, heute kommt dir das zugute, dass du Haus bauen kannst, gell? Ja. Aber du wärst heute auch nicht so lange bei mir, dass du dann mal so ein bisschen... Ja. 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 Czy Hast du hast jetzt passiert? Untertitelung. BR 2018 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 Genau. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.